Unter einer Hydrozele verstehen wir eine Wasseramsammlung zwischen den Hodenhöhlen. Diese ist per se nicht behandlungsbedürftig. Erst bei ausgeprägten Beschwerden, schwere Gefühle, würde man diese Hydrozele behandeln. Als Therapieoption kommen in Frage die Punktion und die offene Operation. Die Punktion hat eine hohe Rezidivhäufigkeit, deswegen wird meistens diese Wasseransammlung über eine offene Operation beseitigt.